Meine Backup-Strategie hat sich ein bisschen verändert. Kernstück ist das gute Ding hier. Was genau sich da verändert hat, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks über Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, soll es mir heute mal um meine Backup-Strategie gehen, denn die hat sich Ende 2022, Anfang 2023 doch deutlich verändert. Das Video ist von niemandem gesponsert. Alles, was ich hier an Produktnamen, Markennamen und sowas sage, das ist alles das, was ich mir tatsächlich selber gekauft habe. Hier ist jetzt mal ausnahmsweise nichts dabei, was ich irgendwie kostenlos bekommen habe, gesponsert bekommen habe oder irgendwas. Es ist einfach das, was ich aus Überzeugung gekauft habe. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Meine bisherige Backup-Strategie war eigentlich nicht existent. Die bestand daraus, dass ich mir einen Haufen kleine HDDs gekauft habe und auf diesen dann alles gespeichert habe. Die Fotos tatsächlich auch redundant. Also da hatte ich dann zwei Festplatten, habe das aber nicht wirklich regelmäßig geupdatet. Also sprich, nicht regelmäßig wirklich abgeglichen. Es gab die halt einfach. YouTube-Videos und sowas hatte ich einfach nur auf einer Festplatte drauf, weil ich sage jetzt mal, das ist nicht so schlimm, wenn da irgendwie was weg sein sollte. Klar, wenn ich was nochmal produzieren muss, dann ist es so. Aber das, was ich bereits fertig produziert habe, ist ja auf YouTube, kann ich mir jederzeit wieder runterladen, zumindest das fertige Projekt. Dann habe ich noch dazu genutzt den Amazon Cloud Drive für die Fotos, weil da kriegt man als Amazon Prime-Kunde unbegrenzten Fotospeicher dazu und habe dort ab und zu mal abgeglichen, aber auch das nicht wirklich regelmäßig. Also in Summe hatte ich eigentlich keine richtige Backup-Strategie. So einfach würde ich es jetzt mal sagen. Ende letzten Jahres hat sich das dann, wie gesagt, ein bisschen verändert. Jetzt habe ich gleich ein mehrfach redundantes System und das möchte ich euch heute mal ganz kurz vorstellen. Wie läuft das Ganze? Sagen wir jetzt mal, ich bin beispielsweise mit dem Camper unterwegs. Fotografiere, Filme, mache, tue. Dann werden die Fotos erstmal auf dem iPad zwischengespeichert. Das habe ich in aller Regel immer dabei. MacBook habe ich tatsächlich nicht immer dabei, iPad aber schon. Bildbearbeitung mache ich unterwegs auch ganz gerne mit dem iPad. Deswegen kommen die Bilder sowieso erstmal dort drauf. Wenn sie dann da drauf sind, was jeden Tag passiert, dann wird in regelmäßigen Abständen das Ganze noch hier auf so eine kleinen SanDisk-SSD mit 2TB zwischengespeichert, womit ich dann einfach auch nochmal die Redundanz habe, wenn das iPad wegkommt oder sowas. Dann habe ich hier nochmal alles drauf. Hier drauf habe ich auch alles, was ich an YouTube-Videos drehe und sowas, wo ich gerade aktuell am Arbeiten bin. Das ist quasi meine kleine Arbeitsfestplatte, dass ich die einfach am MacBook ausstöpseln kann, am iPad anstöpseln kann, je nachdem, wie ich das gerade brauche. Dann habe ich es schon mal an zwei Orten. Und genau das ist für mich persönlich auch so der Punkt, gerade bei Fotoshootings. Wenn ich es, also andersrum, erst wenn ich es an zwei Orten gespeichert habe, sprich in dem Fall iPad und Festplatte, erst dann formatiere ich die Karten, wenn nötig. Wenn wir jetzt in einem Urlaub sind oder sowas, formatiere ich es in aller Regel erst danach, dann irgendwann ansonsten halt nach jedem Shooting bzw. nach jeder Reise als solches, ist, dass ich bei dem nächsten Mal dann direkt wieder eine leere Karte habe und nicht erst schauen muss, ist die Karte wirklich leer oder passt da jetzt noch was drauf. Nee, ich möchte, wenn die Kamera weggestellt wird, wenn es fertig ist, wenn es durch ist, möchte ich eine leere Karte drin haben. So, wenn ich dann zu Hause bin, dann wird das Ganze auf das Kernstück gespielt, die ganzen Daten. Und das ist hier eine NAS von Synology. NAS, dazu sage ich dann nachher nochmal was. Für diejenigen, die es nicht wissen bzw. zu dem konkreten Gerät sage ich dann gleich nochmal was. Nehmt es erst mal als gegeben hin. Hier drauf wird das Ganze redundant gespeichert in zwei Varianten, dass ich es sozusagen doppelt habe. Sprich, wenn ein oder zwei Festplatten ausfallen, alles schick. Ich habe mir dafür auch dann Routinen eingerichtet. Wenn ich eine SD-Karte anstecke, wenn ich eine Festplatte anstecke und dort in einem bestimmten Ordner was drin ist, zieht sich das automatisch runter, zieht das erst mal in einen, ich sage jetzt mal Übergabeordner und dann kann ich das von dort aus an den richtigen Ort verteilen. Aber ich habe es erst mal drauf, muss dafür nicht mal den Rechner hochfahren. Und das ist für mich persönlich sehr wichtig, dass ich einfach was habe, was ich schnell automatisch machen kann. Wo ich einfach sage, ich stecke es an, es zieht es runter, fertig. Und das habe ich hier dann damit gegeben. Damit habe ich dann alles hier einmal drauf. Also, wenn ich dann zu Hause bin, habe ich es noch auf dem iPad, noch auf der Arbeitsfestplatte, sage ich mal, und auf der richtigen, auf dem Server quasi. Wenn wir dann weitergehen, die Fotos werden dann automatisch von der NAS zu Amazon Drive hochgeladen. Funktioniert leider nicht so automatisch, wie ich es gerne hätte. Sprich, für die Synology gibt es ja verschiedene Apps. Da gibt es leider keine von Amazon. Ich mache das Ganze über ein Hintertürchen. Ich habe mir auf dem MacBook einen Ordner angelegt, wo ich die Festplatte quasi wie als normale Festplatte sehe. Und ich kann dann in der Desktop-App von Amazon, kann ich dann sagen, dass dieser Ordner automatisch synchronisiert werden muss. Ist immer mal ein bisschen friemlich, weil ich muss das Ganze immer manuell nochmal neu starten, neu anlegen. Erkenne es nicht immer fortlaufend direkt wieder. Aber mache ich trotzdem regelmäßiger als das Alte, weil es ist auch einfach zuverlässiger. Bei dem Alten war es dann so, wenn du das reinziehst einfach in den Ordner, dann bricht das irgendwann einfach ab, kopiert nicht alles, es ist nervig. Und so lege ich einfach nur die Synchronisierung an und dann macht es das Ganze im Hintergrund und bricht nicht irgendwo ab oder sowas. Deswegen mache ich das viel, viel regelmäßiger und bin damit jetzt auf einem sehr, sehr aktuellen Stand immer tatsächlich. Und damit habe ich dann quasi die Dateien hier doppelt und im Drive für eine gewisse Zeit noch auf der Festplatte beziehungsweise dem iPad. Und zu guter Letzt, was ist denn, wenn jetzt mein Zuhause abbrennt und zufällig auch noch die komplette Amazon Cloud abbrennt? Dann habe ich immer noch kein riesengroßes Problem, weil ich nutze noch physikalischen Speicher woanders. Sprich, ich habe mir eine Festplatte gemacht, habe dort alle wichtigen Daten draufgepackt, alle Bilder und die wichtigsten Dateien einfach und habe die physisch jemand anderem gegeben. Und das ist dann einfach für mich so der Punkt, dass ich sage, okay, selbst wenn jetzt alles vor die Hunde geht, ich habe immer noch diese eine Festplatte, ist so eine kleine SSD, kleine HDD, wo die wichtigsten Daten drauf sind. Gut, dann ist vielleicht das letzte Vierteljahr, halbe Jahr oder sowas weg. Aber es ist nicht alles weg und das ist immer relevant. Muss man dann schauen, wie oft man das natürlich dann regelmäßig updatet. Bisher hat es sich halt noch nicht ergeben, weil es einfach erst einen Monat ist, da kommt nicht so viel dazu. Ich denke mal, ich werde so halbjährlich oder jährlich, werde ich das Ganze updaten. Ja, und dann sind wir quasi schon durch mit meiner Backup-Strategie. Noch ein bisschen was zu der NAS. Das ist eine Synology DS920+. Sprich, bei Synology DS steht für die Diskstation, die 9 steht für die 9 Festplatten, die ja maximal möglich sind. 4 Festplatten direkt hier drinnen. Man könnte dann noch mal eine Erweiterung mit weiteren 5 Festplatten kaufen und die dann quasi in Reihe schalten. Ist aus dem Jahr 2020, gibt jetzt dieses Jahr einen Nachfolger irgendwie, aber macht, was er soll. Ich bin super zufrieden. Hier passen, wie gesagt, 4 Festplatten rein. Ich habe 4, 16 TB Festplatten von Segate drinnen. Das sind auch die, mit denen ich hier mit den kleinen Festplatten arbeite, bin ich super zufrieden, hatte noch nie Probleme. Bei Western Digital ist mir schon mal eine Festplatte abgeschmiert. Das ist ja eine der großen anderen Hersteller. Deswegen, die sind sogar zwei gewesen, deswegen vertraue ich da einfach nicht mehr drauf. Segate hat mich bisher nicht enttäuscht, deswegen nutze ich die hier drinnen. 16 TB klingt erstmal viel. Wenn man das mal 4 Platten nehmen, sind wir dann bei, also effektiv nutzbar sind, glaube ich, knapp 14 TB. Sind wir dann bei 28, sind wir bei 56 TB, die hier an sich drinnen sind, ungefähr. Problem ist, oder was heißt Problem? Ich nutze ein RAID 6 System und da ist aktuell noch nur die halbe Kapazität nutzbar, weil zwei Festplatten sind in diesem System immer vorgehalten, damit diese Redundanzen, die hier drinnen aufgebaut werden, erreicht werden können. Führt dazu, dass zwei Festplatten ausfallen können und ich trotzdem alle Daten wiederherstellen kann, was mir persönlich sehr wichtig war. Und ab jetzt, wenn ich weitere Festplatten hinzufüge, bleibt es aber trotzdem nur bei den zwei Festplatten, die rausfallen. Also es wird dann deutlich besser. Ich kann das Ganze noch auf knapp 100 TB erhöhen, wenn ich das möchte, über die zusätzliche Station dann. Aber ich sage mal, aktuell kommen bei mir ungefähr so zwei TB pro Jahr dazu. Meistens leicht steigend, aber nicht extrem steigend. Und deswegen denke ich mal, dass ich hier noch ein paar Jährchen komme mit dem, was ich hier drinnen noch frei habe. Ja, was nutzt ihr denn? Nutzt ihr auch so einen kleinen Server? Nutzt ihr nur Festplatten? Nutzt ihr irgendwelche Cloud Service? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Können wir uns gerne mal drüber austauschen. Wir können ja auch alle voneinander gut lernen. Ja, dann wäre ich mit dem Video dann schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und mein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.